Wenn du bereit bist, und du es dir auf deiner Unterlage bequem gemacht hast, kann es für dich angenehm sein, jetzt deine Augen zu schließen. Und wenn du deine Augen geschlossen hast, richtest du deinen Blick nach innen, dorthin, wo Ruhe und Entspannung und Loslassen geschehen kann. Und ganz egal, was nun dein inneres Auge erblickt oder wahrnimmt, Farben hell oder dunkel, vielleicht Lichter oder sogar Bilder, ganz egal, was du erblickst. All diese Dinge werden dir dabei helfen, dich immer tiefer zu entspannen. Du weißt genau, wo du bist, spürst die Unterlage unter deinem Körper, du hörst den Klang meiner Stimme, atmest ein und wieder aus. und es wird dir ganz leicht fallen, deinen ganzen Körper zu entspannen. so ist es gut. Du bist in diesem Raum, du hörst die angenehme Musik, spürst unter deinem Kopf die weiche Unterlage und alle störenden Einflüsse, die es hier vielleicht noch geben könnte, blenden sich nun von allein aus. Du singst immer tiefer in diesem wundervollen Zustand der absoluten Entspannung. So ist es schön. Deine Augen sind ganz fest geschlossen, ganz fest geschlossen. Du spürst, wie sich dein Bauch beim Ein- und Ausatmen hebt und wieder sinkt. Du nimmst beim Einatmen energievollen Sauerstoff auf und lässt beim Ausatmen einfach los. Singst immer tiefer und tiefer. Und je tiefer du singst, desto mehr entspannst du dich. Und je mehr du dich entspannst, umso tiefer singst du in diesem wundervollen Zustand der absoluten Entspannung. Du entspannst die Muskeln um deine Augen, entspannst du dir auf angenehme Weise. Entspannst du die Muskeln deiner Wangen, entspannst du die Muskeln um deinen Mund herum, und du entspannst dein ganzes Gesicht, so ist es schön, entspannst deinen Hals, deinen Nacken, entspannst deine Schultern, deine Arme bis runter zu den Händen, entspannst deine Finger, alles entspannt sich, hat ganz angenehm locker und angenehm schwer, entspannst deinen Oberkörper, deinen Bauch, dein Gesäß und du entspannst deine Oberschenkel, deine Waden und deine Füße bis runter zu den Zehen, überall breitet sich wohltuende Ruhe und angenehme schwere aus. Und so kann es sein, dass du dir vielleicht vorstellst, du würdest unter einer angenehmen Dusche, der Entspannung stehen. Die Entspannung fließt von der obersten Stelle deines Kopfes über deine Wangen, deinen Hals, deinen Nacken, deine Schultern, deinen Rücken, über deine Arme, deinen ganzen Körper, überall fließt der Strom, der Entspannung nach unten. Und sollte sich wohlmöglich irgendwo noch eine Anspannung in deinem Körper versteckt haben, so nimmt der Strom der Entspannung alles mit sich und alles fließt hinunter. Über deine Beine, deine Füße und versickert dann im Boden. Und zurück bleibt nur dieses angenehme Gefühl der absoluten Entspannung. Du bist ganz ruhig und angenehm entspannt, deine Ruhe ist tief und fest, ein wunderbares es Gefühl des Friedens und der Harmonie breitet sich in deinem ganzen Körper aus. Du bist aus tiefstem Herzen froh und glücklich. Schlaf kommt von selbst. Er ist ganz gleichgültig. Nur die Ruhe und die Harmonie sind noch wichtig. Jeden Abend, wenn du zu Bett gehst, spürst du sofort wieder dieses wunderbare Gefühl des Friedens Schlafes und der Harmonie. Und du schläfst dann immer ein, denn der Schlaf kommt von selbst. Du lässt den Schlaf einfach kommen und erwartest ihn nicht. Du hast dann einen gesunden, natürlichen und erholsamen Schlaf und wirst aus diesem Schlaf erst erst am nächsten Morgen ganz frisch und erholt erwachen. Nach dem Erwachen spürst du dann sofort wieder dieses wunderbare Gefühl des Friedens und der Harmonie und bist heiter und glücklich, sowie froh und glücklich. Und von Tag zu Tag fühlst du dich in jeder Hinsicht immer besser und besser. Du fühlst dich immer wohler und fröhlicher. Dies setzt ganz tief und fest in deinem Unterbewusstsein, ganz tief und fest in deinem Unterbewusstsein. Und daher wird alles genau so eintreffen, wie du es von mir gehört hast. Denn all diese Worte entsprechen ganz deinem eigenen Wunsch und Willen. Und jeden Abend, wenn du zu Bett gehst, fallen wie von selbst alle störenden Gedanken von dir ab. Du spürst dann nur noch eine wunderbare Ruhe in dir, die Schlaf heißt. Dieser Schlaf hält die ganze Nacht an und du erwachst aus diesem Schlaf erst wieder am nächsten Morgen ganz frisch und erholt. Und du bist voller Kraft und Energie. Nach dem Erwachen spürst du dann sofort wieder dieses wunderbare Gefühl des Friedens, der Harmonie in dir. Und du bist aus tiefstem Herzen froh und glücklich. Und den ganzen Tag über bleibst du stets heiter gelöst. Und es geht dir von Tag zu Tag in jeder Hinsicht immer nur noch besser und besser. Du bist ganz ruhig und angenehm entspannt. Deine Ruhe ist tief und fest. Ein wunderbares Gefühl des Friedens und der Harmonie breitet sich in deinem ganzen Körper aus. Und du bist aus tiefstem Herzen froh und glücklich. Der Schlaf kommt von selbst. Er ist ganz gleichgültig. Nur die Ruhe und die Harmonie sind noch wichtig. Jeden Abend, wenn du zu Bett gehst, spürst du sofort wieder dieses wunderbare Gefühl des Friedens und der Harmonie. Und du schläfst dann immer ein, denn der Schlaf kommt von selbst. Du lässt den Schlaf einfach kommen und erwartest ihn nicht. Du hast dann einen gesunden, natürlichen und erholsamen Schlaf. Und wirst aus diesem Schlaf erst am nächsten Morgen ganz frisch und erholt erwachen. Nach dem Erwachen spürst du dann sofort wieder dieses wunderbare Gefühl des Friedens und der Harmonie. Du bist heiter und gelöst sowie froh und glücklich. Und von Tag zu Tag fühlst du dich in jeder Hinsicht immer besser und besser. Du fühlst dich immer wohler und fröhlicher. Dies alles sitzt ganz tief und fest in deinem Unterbewusstsein. Ganz tief und fest sitzt dies in deinem Unterbewusstsein. Daher wird alles so eintreffen, wie du es von mir gehört hast. Denn all diese Worte entsprechen ganz deinem eigenen Wunsch und Willen. Und jeden Abend, wenn du zu Bett gehst, fallen wie von selbst alle störenden Gedanken von dir ab. Du spürst dann noch eine wunderbare Ruhe in dir, die sich Schlaf nennt. Dieser Schlaf hält die ganze Nacht an und du wirst aus diesem Schlaf erst wieder am nächsten Morgen ganz frisch und erholt auf. Und du bist voller Kraft und Energie. Nach dem Erwachen spürst du dann sofort wieder dieses wunderbare Gefühl des Friedens und der Harmonie in dir. Und du bist aus tiefstem Herzen froh und glücklich. Und den ganzen Tag über bleibst du stets heiter und gelöst. Und es geht dir von Tag zu Tag in jeder Hinsicht immer nur noch besser und besser. Du bist ganz ruhig und angenehm entspannt. Deine Ruhe ist tief und fest und ein wunderbares Gefühl des Friedens und der Harmonie breitet sich in deinem ganzen Körper aus. Du bist aus tiefstem Herzen froh und glücklich. Der Schlaf kommt von selbst und ist ganz gleichgültig. Nur die Ruhe und die Harmonie sind noch wichtig. Jeden Abend, wenn du zu Bett gehst, spürst du sofort wieder dieses wunderbare Gefühl des Friedens und der Harmonie. Und du schläfst dann immer ein. Denn der Schlaf kommt von selbst. Du lässt den Schlaf einfach kommen und erwartest ihn nicht. Du hast dann einen gesunden, natürlichen und erholsamen Schlaf. Und wirst aus diesem Schlaf erst am nächsten Morgen ganz frisch und erholt erwachen. Nach dem Erwachen spürst du dann sofort wieder dieses wunderbare Gefühl des Friedens und der Harmonie. Und du bist heiter und gelöst sowie froh und glücklich. Und von Tag zu Tag fühlst du dich in jeder Hinsicht immer nur noch besser und besser. Du fühlst dich immer wohler und fröhlicher. Dies sitzt ganz tief und fest in deinem Unterbewusstsein. Daher wird alles genau so eintreffen, wie du es von mir gehört hast. Denn all diese Worte entsprechen ganz deinem eigenen Wunsch und Willen. Und jeden Abend, wenn du zu Bett gehst, fallen wie von selbst alle störenden Gedanken von dir ab. Du spürst dann nur noch ein wunderbares Gefühl der Ruhe in dir. Dieses Gefühl nennt sich Schlaf. Dieser Schlaf hält die ganze Nacht an und du erwachst aus diesem Schlaf erst wieder. Am nächsten Morgen ganz frisch und erholt. Und du bist voller Energie, voller Kraft und Energie bist du. Nach dem Erwachen spürst du dann sofort wieder dieses wunderbare Gefühl des Friedens und der Harmonie in dir. Und du bist aus tiefstem Herzen froh und glücklich. Und den ganzen Tag über bleibst du stets heiter und gelöst. Und es geht dir von Tag zu Tag in jeder Hinsicht einfach nur noch besser und besser. Jede Suggestion wird sich verwirklichen und von Tag zu Tag intensiver in dir wirken. Du musst nichts dafür tun. Alles geschieht zu deinem Wohl und nach deinem Willen. Du darfst dich sehr wohl fühlen dabei. Genießt die Musik. Du bist glücklich, froh und angenehm entspannt. Und du nimmst dieses wunderbare Gefühl des Glücks und diese angenehme Entspannung mit hinaus aus der Trommel. Und so bemerkst du jetzt, dass es vielleicht Zeit wird, allmählich sich von innen wieder ins Außen zurück zu orientieren. Ich zähle nun von eins bis drei. Und wenn du die Zahl drei hörst, nicht vorher und nicht nachher, erst bei drei öffnest du bei drei die Augen. Du bist dann wieder im Hier und Jetzt, fühlst dich frisch erholt und angenehm entspannt. Und bist dann wieder vollkommen wach. Eins. Du kommst ganz langsam wieder zu mir zurück ins Hier und Jetzt. Mit jedem Wort, das du jetzt von mir hörst, wirst du wacher und wacher. In deinem Kopf wird das immer klarer und klarer und bringt immer mehr Wachheit mit sich. Zwei. Du wirst immer wacher und wacher mit jedem Wort, das du von mir hörst. Hast du immer klarer und wacher. Du kannst dich gut orientieren, weißt ganz genau, wo du bist, spürst die Unterlage unter dir, spürst deinen Körper, kannst dich auch schon wieder bewegen. Vielleicht bewegst du einmal die Finger und die Füße, bewegst die Arme, den Oberkörper, den Kopf und mit jeder Bewegung wirst du wacher und wacher. Dein Blutdruck und dein Puls kommen auf ein Niveau, das sehr förderlich für dich ist. Du fühlst dich vollkommen wohl und angenehm erholt. Bei der letzten Zahl, erst bei der letzten Zahl öffnest du die Augen, bist dann wieder im Hier und Jetzt, fühlst dich angenehm wohl, kannst dich gut bewegen und bist wieder ganz voll da. Drei. Öffne die Augen. Drei. 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 Bis zum nächsten Mal.